Jetzt ist die Mittagspause vorbei und jetzt gehen wir wieder hin. Ja, weil ich bin ja eigentlich aufgegriffen, weil der Filou um einen Autspring. Der hat mir Autspring, ne? Aber Autspring, der nicht. Das ist flummig. Ja, gerne, ne? Da fahre ich mich ja nicht nun. Na ja. Na ja, wird ich so. Wollen wir sie jetzt? Wollen wir sie jetzt? Ah, der ist so super brav. Du bist so super brav. Ja, der ist so super brav. Ja, der ist so super brav. Emi, du auch? Jetzt ist der Konkret-Monster. Oh! Aufpassen, Gell, der Rössi. Aufpassen. Du bist ja kein Kängel. Bitte kein Kängel. Papa